Ihr habt bestimmt gedacht, ich spiele das Hockrader-Event nicht, oder? Aber da seid mal getäuscht, von Rathaus 7 bis Rathaus 12 machen wir heute große Schweinerei. Los geht's! Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wir machen die große Schweinerei, wir fangen mit dem 2 Socken heute an, auf meinem Rathaus 7 Account, der ist übrigens Maxed. Ich muss also nichts mehr machen und wie gehe ich hier eigentlich vor? Also alles, was ich euch heute zeige, sind nur Truppenvorschläge, wie man es hätte machen können. Das Event ist ja, glaube ich, jetzt schon vorbei, wenn ihr diese Folge seht, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Das kommt immer wieder, ist, glaube ich, ein cooles Event und die Hocks sind eigentlich auch nach wie vor meine favorisierte Truppe. Ich will jetzt eben mal checken, ob der eine Clanbook hat, was ich jetzt nicht so wirklich glaube. Ich glaube, auch ein Max Drachen bekommt ihr mit 10 Magiern und mit 10 Bogenschützinnen weg. Ihr müsst dann halt nur immer so ein bisschen die Truppen locken, muss ich sagen. Und wir müssen ja erstmal den King rauslocken, obwohl mich der King auch nicht wirklich stört mit 30 Hogridern hier. Oder jetzt sind es noch 29. Dann hier mal eben den King auch noch zu schaffen. Das schafft kein King dieser Welt, den muss ich jetzt zwar zünden, aber mal sehen, ob da meine Magier nicht noch ein bisschen helfen können. Und dass der gegnerische King wenigstens weg ist, ich gehe hier schon mal in die Ecken rein. Den schaffen die... Na, kommt ein Schuss noch. Ach, okay, ist nicht so schlimm. Haben sie es nicht gepackt, ist nicht so schlimm. Einmal hier nicht die Ecken vergessen und dann kann ich eigentlich hier losgehen. Wir gehen mal hier entgegen, äh, gegenübergesetzt vom King rein mit unseren Hoggys. Und mal sehen, da können die hier so ein bisschen reinspringen. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt Bomben hier. Ich brauche auch meine Clan-Buggen nicht einsetzen. Ähm, also so oder so, so spiele ich das Event eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Dann kann ich hier jetzt schon ein bisschen mit Clean-Up rauskommen. Ähm, gehen wir hier mal ein bisschen näher rein. Also der, der stört mir jetzt wirklich nicht mehr, der King. Die werden jetzt alle nach hier hin reiten. Und ja, schnell gemachte Sache, ne? Nicht mal zwei Minuten brauchen wir für so einen Angriff hier, glaube ich. Denke ich mal so. Wir nehmen ihn hier nochmal so ein bisschen mit rein. Und eins, zwei, drei. Unseren Clean-Up hier eben mal gesetzt. Nicht, dass ich den vergesse, sonst habe ich gleich wieder so eine komische Armee am Start. Und da müssen die jetzt eigentlich nur noch den... Ah, da ist er. Da steht er schon, der King. Ja, da ist er schon weg. Und dann haben wir das erste Rathaus schon mal im Sack hier. Beziehungsweise mit dem Rathaus 7. Also das ist nur ein Truppenvorschlag mit 30 Hogridern hier. Kann man auch im CK angreifen. Und auch mit 10 Bogenschützen. Und mit 10 Magiern bekommt man einen Max Drachen eigentlich ganz gut im Zaun gehalten. Etwas schwieriger wird es dann schon bei einer Valkyre und einem Babydrachen oder sowas. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Vielleicht ein bisschen weniger Hox nehmen. Und dann lieber irgendwas Fliegendes rein. Vielleicht ein paar Lakaien oder so. Gerade für so eine Valkyre, die aus so einer Clanburg kommt. Ist es dann schon ein bisschen schwierig. Aber da müsst ihr euch selber was ausdenken. Und ich würde sagen, ich baue immer mal kurz einmal nach die Truppe. Ich bin mit dem Event nämlich noch nicht fertig. Und dann springen wir auf das Rathaus 8. Okay, ich suche immer schon einen Gegner. Dann überspringen wir hier diese Suchzeit. Also auch hier mit Rathaus 8. Auch der Toto ist Max. Der braucht nur noch Mauern. Und ich glaube, ich muss noch ein oder zwei Forschungen machen. Ich glaube, es sind zwei Forschungen. Die Minions, also die Lakaien und den Erdbebenzauber. Mein geliebter Erdbebenzauber. Und auch der hier. Hier könnten wir eigentlich mal gucken. Der hat nichts in der Clanburg. Das ist cool. Dann können wir hier vorgehen. Das ist eigentlich ein klassischer, ich will es mal so sagen, Gohawk. Also Golem. Zwei Goleys hier. Ich setze sie jetzt mal mit ein paar Magiern. Und nicht, dass ich hier die Ecken wieder vergesse. Wir kommen dem King immer ganz gerne entgegen. Ich denke mal, die Taktik ist euch geläufig. Wenn nicht, kann ich euch die nur an die Hand legen. Allerdings sollten eure Mauerbrecher nicht so wie meine dort sterben. Meine sind dann nämlich gerade gestorben. Das ist ein bisschen doof. Und jetzt kann ich meinen King noch gar nicht setzen. Ah, ich kann hier jetzt auch meine Riesen. Meine Riesen lasse ich hier mal raus. Die müssen jetzt eigentlich, der King müsste jetzt folgen. Ja, aber der King folgt. Meine Mauerbrecher sind da leider an der ersten Mauer da gestorben. Und jetzt habe ich hier den Bombentum. Der muss ein bisschen schneller weg. Gut. Gut gemacht. Und wen schütze ich eigentlich hier? Ich glaube, wir gehen hier mal rein. Wir gehen da mal rein. Denn da schießt jetzt gerade relativ viel auf meine Riesen in der Mitte. Okay, da habe ich, das habe ich mir gedacht, dass der natürlich so ein paar dusselige Skelettfallen hat hier. Cleanup nicht vergessen. Das hatte ich mir schon gedacht. Wo reiten die weiter hin? Die reiten da weiter hin. Dann nehmen wir hier mal, da sind die Skelette. Da muss man ja ein bisschen aufpassen. Ich schmeiße den auch mal. Ich schmeiße den auch mal gerne. Total daneben. Den Skelly Spell. Dass da nicht ein einziges Skelett dann stirbt. Aber ich glaube, da ist noch ein Bogenschützenturm. Passt. Passt so. Jo, wunderbar. Also ich spiele das Event immer noch sehr, sehr gerne. Kann ich euch sagen. Nicht, weil ich meistens gewinne oder so ein paar Pokis mache. Sondern weil es einfach Laune macht, mit den Schweinereitern anzugreifen. Die sind wirklich, wirklich nach wie vor richtig, richtig gut hier, die Erokesen. Und rocken hier gut die Bude. Kosten zwar ein bisschen Dunkles, aber jetzt im Event sind es natürlich super, super günstig. Und mit dem 1-Gem-Boost hast du diese Armee auch unheimlich schnell wieder fertig. Mit jeglicher Rathausstufe. Also hier sind es ja jetzt 200 Truppen, die wir genommen haben. Und den lassen wir auch mal, den lassen wir ruhig mal durchlaufen. 9, 9, 10 und 11. Ich glaube, ich habe schon alles vorbereitet. Ich muss mal kurz gleich mal auf den Zwölfer springen, ob ich da auch schon ein paar Hockis habe. Aber so kann man es machen. Ihr könnt euch die Truppenkombinationen gerne wegpinnen. Mit den Riesen würde ich jetzt nicht unbedingt im Clan-Krieg angreifen. Nehmt da lieber ein paar Bowler mit. Oder noch mehr Hox. Kann man auch so machen. Ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mal Hox drin, mal ein paar Bowler. Ihr könnt euch auch einen großen Golem mitnehmen. Das geht auch. Also einfach mal ein bisschen wild tauschen. Und dann baue ich auch hier eben mal die Event-Truppe nach. Da haben wir noch mal den Boni reinbekommen. Und dann springen wir mal auf das Rathaus 9. Oh Mist, ich habe gar nicht geguckt, was ich in der Clan-Buck habe. Shit, shit, shit. Shit, shit. Ah ja, hier habe ich Hox da drin. Okay. Also der Rathaus 9 hier, das war jetzt übrigens erster Klick hier. Deswegen geht das schon ziemlich gut durch. Und so spielt man mehr Accounting in dem Event hier. Aber ich muss mal jetzt sehen, ich habe nur einen Golem dabei. Ich kann also gar nicht mal so breit funneln. Und wollte jetzt schon seit Lehrerem mal wieder die Walküren hier mit reinnehmen. Ich erwarte in dieser Base jetzt auch keine Pfeilen. Das ist aber auch nicht so schlimm beim Farmen. Aber man kann diese Truppen ja trotzdem einsetzen, wenn man meint, man könnte hier hinten schon mal. Ja, das Lager kriegen wir schon mal. Okay, aber das Lager da bekommen wir nicht. Dann schauen wir mal, was wir hiermit machen können. Ähm, ja, okay. Ein Golem, der an einer Mauer klopft. Scheiße. Okay, ist nicht so schlimm. Dann nehme ich mal hier die Walküren außen zum Funnel. Das macht auch nichts. Dann habe ich hier jetzt ein paar Mauerbrecher. Die verrecken mir da auch. Jetzt habe ich da auch nicht aufgepasst, dass mir die Mauerbrecher da nicht sterben. Beziehungsweise sind mir jetzt doch gestorben. Ich nehme jetzt mal die Wallis hier mit rein. Die sollen ja jetzt mal ein bisschen für Trouble sorgen hier bei der Queen. Ich habe jetzt auch wirklich nur neun Hogrider dabei. Das ist exakt die Anzahl, die ich in diesem Event auch nur brauche. Mit ihm hier. Und ich nehme jetzt hier auch, ich muss die Queen ein bisschen schützen, Leute. Ich muss die Queen ein wenig schützen, damit die mir weiterhin außen rum geht. Und jetzt habe ich schon ein paar Hogrider gesetzt hier. Die springen nach da, da, da. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken, wo die Hawks hinspringen, um die Heilzauber zu setzen. Manchmal passiert es euch sicherlich auch, dass ihr die Heilkreise irgendwie so setzt, dass da nicht ein einziger Hogrider drin ist. Aber die Masse wird jetzt gleich diesen Weg hier gehen. Und auch die von da hinten reiten da jetzt rein nochmal durch. Das ist echt super, dass sie das machen. Wir haben hier ganz am Ende nochmal einmal Flächenschaden. Das ist nicht ganz so prall. Aber die haben hier kaum, die bekommen hier kaum Beschuss. Ihr seht das. Ja, und der Minenwerfer macht jetzt zwar Flächenschaden, aber ich kann die hier jetzt nochmal komplett durchheilen. Dass sie hier einmal komplett alle im Heilkreis sind. Vor allen Dingen hier bei dem Magerturm. Der Golem lenkt jetzt nicht wirklich ab. Der Golem hat jetzt nicht wirklich getankt. Das haben jetzt gerade die Schweinereiter eigentlich gemacht. Aber auch hier, Alter, ich mag das. Ich mag das. Und so mache ich dieses Event im Moment. Ich springe einfach zwischen den Rathäusern hin und er. Baue immer nur die große Schweinerei hier zusammen. Und dann rocken wir hier die Bude. 57.000 dunkles. Mit dem Chefkoch hier bin ich im Moment, ja, was die Helden angeht, immer noch auf 13 und 11. Ich muss da dringend was tun. Also ich muss viel, viel mehr teilweise mit den Accounts hier so ein bisschen was machen. Haben wir noch eine Walküre eigentlich über? Ja, da sind sogar noch Walküren über. Ich hatte die Tage mal in einem Video gesagt, ich werde sie mal wieder einsetzen. Denn die machen ja doch schon mal Spaß und machen auch Sinn. Also auch dieses ist nur ein Truppenvorschlag. Könnte ein bisschen umbauen. Und dann will ich auch hier die Truppe mal nachbauen. Denn die, ja, die gefällt mir super gut. Und last but not least hier jetzt erstmal in dem Bereich, wo die Queens so bis 30, 40 gehen. Springen wir mal auf das Rathaus 10. Hier wird das Ganze jetzt schon so ein bisschen hakeliger als mit dem Rathaus 10 hier. Ja, ich bin auf welchem Account bin ich denn eigentlich? Ah, das kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich bin, glaube ich, auf dem Alex. Ich bin, glaube ich, auf den Alex. Und den nehmen wir mal mit hier. Ich habe jetzt, ich habe zwar eine Karre. Nehme ich jetzt die Karre? Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei. Ich glaube, ich verbrauche meine Karre nicht. Dann habe ich die vielleicht noch im Clankrieg oder so. Und ich schaue jetzt mal, wir gehen, glaube ich, von der Seite hier mal rein. Und ich setze da meine Clanburg-Truppen, damit ich hier auf die Ecke da vorne meine Mauerbrecher bekomme. Geht das? Klappt das wohl? Ja, das klappt. Da sind wir reingekommen. Das ist super. Dann, glaube ich, können wir hier mal springen Richtung Inferno-Turm. Das wäre ganz schick, wenn meine Truppen da hingehen. Ich habe einen Wut dabei. Okay. Also ein Inferno sollte hier das Zeitliche in jedem Fall segnen. Und die müssen sich jetzt nur Richtung des Infernos hier bewegen. Meine ganzen Truppen, das machen sie jetzt auch. Da muss ich sie jetzt eben mal rein zwingen. Da sind jetzt ein paar Skelette, die gifte ich mal weg. Und, oh, da ist noch nichts am Inferno geschehen. Shit, shit, shit. Das habe ich mir gedacht. Ich schaffe jetzt kein Inferno. Das ist natürlich dämlich oder dusselig. Und, ah, doch, einen habe ich gepackt. Ach, einen einzigen. Okay. Da hinten lauert der King. Ich habe eine Truppe clean up. Alter, Toto, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das haben wir blöd gemacht. Ich hätte die ein bisschen eher schicken sollen. Jetzt müssen die hier nämlich für clean up sorgen. Und das ist nicht einfach, kann ich euch sagen. So, da ist der Flächenschaden. Und wo gehen die weiter hin? Die Masse geht hier hin. Und eine Masse geht noch dahin. Da haben wir noch mal ein paar Bodenskelette. Kann ich hier schon mal mit clean up. Ich habe viel zu wenig clean up dabei. Das ist mal wieder echt scheiße. Und jetzt habe ich schon alle drei Heilsauber verballert. Ja, der war nicht gut. Der war nicht gut. Da muss ich mir vielleicht ein paar Gegner suchen, die jetzt nicht ganz so stark sind. Aber, naja, wir haben immerhin den Stern bekommen. Ist ja nicht schlecht. Aber ich lasse ja jetzt wirklich, Alter, lasse ich jetzt viele Ressourcen liegen hier. Ah, das ärgert mich. Naja, das ärgert mich ein bisschen. Und einen Bohrer kriege ich noch. Einen einzigen Bohrer kriege ich. Okay, einen vollen Bohrer. Und 56% Rathaus nicht. Der will jetzt durch die Mauer da. Und die Skellis machen jetzt auch meinen letzten, mein Clean up da hin. Der war mau, muss ich sagen. Der war mau. Aber ich meine, das kann nicht immer alles super, super gut klappen. Ich meine, ich kann hier auch auf den Rathaus 9 dippen. Aber da habe ich dann auch keine Freude, wenn es darum geht, vielleicht mal ein bisschen zu üben. Mit Mauerbrecher oder mit dem Mauer von nicht. Da geht es vielleicht ein bisschen besser. Macht aber erstmal nichts. Event ist wichtiger. Und deswegen bauen wir die Truppe auch hier nach. Und springen direkt auf mein Rathaus 11. Man muss einfach manchmal auch nehmen, was man kriegen kann. Ja, ich habe jetzt, ich habe eine größere Pause gehabt. Die habt ihr nicht gemerkt. Ist aber glaube ich nicht so schlimm. Was habe ich hier in der Clanburg? Ein paar Wallis. Okay. Das Problem ist, ich muss jetzt wirklich schnell sein. Ich muss jetzt echt schnell sein hier. Denn der Inferno wird ganz, ganz derbe, ja glaube ich, meine Truppen kaputt machen. Und das zu vermeiden. Oh, ich habe hier noch ein paar Maure. Mauerbrecher. Mist, ich hatte hier noch ein paar Mauerbrecher. Okay. Aber den ersten Inferno haben wir hier gepackt. Und dann können die hier vielleicht rüber springen oder so. Mal gucken. Mal sehen, meine Karre. Ah, meine Karre kommt wieder zu weit. Ah, die ist ja... Meine Karre, ah... Na, paste fast. Okay, paste fast. Sagen wir mal so. Es passte fast. Dann gehen wir hier mit den restlichen Ox rein. Was heißt mit dem restlichen? Erstmal überhaupt mit den Ox. und jetzt muss ich mal gucken wo die weitergehen ich habe auch hier ein bisschen hart gebaut aber ich glaube auch die base aber ich habe wieder kein clean up ich habe wieder so wenig clean up dabei rathaus kriegen wir jetzt ist kein kein rathaus 5 rathaus und da gehen jetzt noch mal nach außen da ich denke mal dann nehmen wir hier noch zwei schweine mit rein ich nehme mir ich lasse mir mal einfach ein paar schweine weiter das ist eine falle auch nicht schlecht und noch eine ok hast du da noch eine liegen jawohl noch eine was ist das für ein kollege man 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 wie viel fallen hatte da jetzt gerade vier stück glaube ich noch eine euro geiler scheiß okay dann kann ich jetzt aber mit clean up beginnen habe ich noch irgendwas offen hier an der seite aber nichts mehr offen okay ja manchmal muss auch ein bisschen glück haben so eine leichte base hier nur um das event hier zu gewinnen und ich kann vor allen dingen meine drei helden jetzt gleich wieder einsetzen mit dem elfer darauf kommt es mir ab und zu auch machen dass ich nicht so lange wartezeiten habe vor allen dingen wenn ich bus habe oder so habe ich aber im moment nicht und dann trainieren wir die direkt mal nach und rathaus 12 königsklasse komische base aber ich habe mir jetzt gerade überlegt die mache ich einfach mal ist echt eine komische base mal sehen was da ist es eine falle bombe ok und auch gleichzeitig eine falle alles klar damit haben wir die schon mal ausgelöst und dann gehen wir hier mal rein ganz gemütlich mit keinem team ich habe ja gar nichts ich habe hier gar nichts dabei hier ich habe ja gar nichts dabei auch meine queen geht jetzt schon drauf ich hatte jetzt gerade ja ich hatte ich hatte eigentlich gedacht ich hätte ein paar bohnen dabei habe ich gar nicht auch nicht schlecht okay dann müssen wir hier mit der truppe rein die wir so haben ich habe ja das ist was ist das wieder für ein bunt gemischter haufen den der toto wieder hat das geht ja gar nicht man 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 jetzt muss der king ist hier reißen aber auch doch meine meine queen lebt daher doch noch auch nicht schlecht und dann fließen wir hier eben mal so ein bisschen was und gehen jetzt hier außen oder wahrscheinlich sind hier jetzt auch noch ein paar bomben ich habe jetzt alle meine hobgys rein hier können wir allerdings noch mal glaube ich wuten so ich habe jetzt alle meine hocks hier rein die müssen eigentlich sich den weg nach hierhin weiter bannen das ist auch so und ich glaube da unten da unten am inferno dort geben wir denen noch mal den den worten habe ich da jetzt kelle ich seine hacken aber ich habe hier ein paar skelle ich seine hacken die müssen natürlich weg dann nehmen wir einmal den hier und einmal den und baby drache da oben baby drache da ganz oben und na der hat ja drei der hatte drei entfernt noch scheiße der drei entfernt aus wo das könnte eine ganz enge kiste werden schau mal schau mir mal ist aber single entfernt oder kommt jetzt der kommt uns jetzt gerade so ein bisschen entgegen aber okay haben auch gepackt sei es ein bisschen komisch aus die base für eine rathaus für aber jetzt dreier rathaus war es glaube ich so wie ich das gesehen habe und noch eine ganze menge hocks am start also hier zum fahren glaube ich reicht es im ck habe ich da die tage ja auch mit mit etwas geholt aber da hatte ich glaube ich weiß ich gar nicht hatte die heile an die hatte ich auch keine heile mit dabei daher kommt diese armee glaube ich noch und dann haben wir glaube ich ja 78 19 11 und auch rathaus 12 hawk rider gespielt hier also echt geiles event kann man nicht anders sagen vor allen dingen mit dem eingeben bus den habe ich jetzt so gut wie gar nicht genutzt weil ich denn doch ein bisschen mehr zu arbeiten hatte und zwischen den arbeiten und familie und was man noch so macht immer mal wieder kurz mal aufnehmen da hätte ich sicherlich mal noch da hätte ich glaube ich nicht mal eine stunde irgendwo am stück hier am pc oder am tablet sitzen können so dass ich den boost auch so richtig ausnutzen aber zack da sind sie drei sterne okay und haben wir ein bisschen gold und elix gemacht um ein paar mauern zu machen ich habe hier glaube ich nicht so wirklich viel drin das lohnt sich leider noch nicht wie viel müssen wir noch machen 83 stück die schaffen in jedem fall und ich gucke mal auch die baue ich einfach mal so nach wie sie kam da habe ich jetzt ein bisschen doof nachgebaut stelle ich gerade fest zwei slimmer zwei slimmer ist immer doof werde ich vielleicht ein los mauer fernichter schade auch pech für egon da nehme ich leider meinen raus das ist immer ein bisschen verschwendung aber ihr wisst ich bin da auch immer sehr sehr penibel das heißt also hier sollen immer schön drei maschinen drin sein 123 zeppeline werden bei uns im moment sehr sehr wenig gefordert truppe baut in jedem fall nach ich hoffe die folge die große schweinerei hat euch trotzdem gefallen wenn ja dann lasst man am ende ein daumen nach oben da und ich würde sagen bis dahin euer toto ich hab nichts vergessen clasht